Hallo miteinander, wir sind die jungen Wilde, die gemeinsam die Steckerei ins Unbissen planen. Unsere Reise in die Stadt vom Donnerstag am 29. Oktober bis Sonntag am 1. November. Wir treffen uns jetzt virtuell, um etwas zu planen. Larissa, wo gehen wir hin? Wir gehen durch Kelly. Fabian, wie gehen wir jetzt hin? Mit dem Zug nach Köln. Wo schlafen wir dort? Wir schlafen bei dem Ferienhonig. Und wir machen ganze Partys. Ganz in Partys? Ja. Und Party und allgemein. Aussen haben wir alles gesehen. Wir gehen essen. Wir gehen essen. Wir gehen essen. Wir gehen essen. Kino. Freizeitpark. Oh ja. Achterbahn. Wir fahren Achterbahn. Oh ja. Achterbahn. Achterbahn. Also. Wir haben schon sehr viel geplant, aber es ist auch noch viel offen. Gerade was Aktivitäten betrifft. Und darum wäre es mega toll, wenn wir noch ein paar weitere junge Wilde motivieren könnten, sich anzumelden. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr dabei seid. Und ihr seht jetzt unten dran eingeblendet, wo ihr euch anmelden könnt. Genau. Und dann hoffen wir euch beim nächsten Treffen. Ja, wir würden uns freuen. Alle, oder? Ja. Wir freuen uns. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal.